Nein. Oh, Alter. Jetzt habe ich ein Messer, lol. Ja, die, die, die machst du da mal gut. Okay, die sind irgendwie verstärkt. So, you don't fall. Mann, da sind noch ein paar Leute. Bitte. Wow, Mann, ich gehe gleich down. Junge, ich höre wie viele sind denn hier. Hilf mir. Ich habe keine Munition mehr. Ich werde leben. Ups. Digga, toll, keine, ich brauche keine. Oh, da liegt mehr OMP. Ne OMP. Die sieht irgendwie viel cooler aus als die OMP aus der W3. Irgendwie high-tech-mäßiger. Was ist denn, dass ich auf die ganze Zeit auf dich schieße? Ja. Sorry. So, Digga Laune. So, dann nutzt du schon mehr Schaden durch mich als die Team. Geh, geh, geh. Ja, ja. Bo, 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 pass auf hinter dir! Digga Laune! Oh. Ich hatte gerade irgendwie die... Schreckst du gar nicht. Nein, ich hatte gerade voller Angst mich umzudrehen. Mann, bist du da? Alter, lass ich... Ja, hör auf damit! Ich hab da nix gemacht! Das war Tür zu. Geht natürlich nicht. Erstmal als Zombies so Knöpfe drücken. Ich hab da... Sehen wir mal sehen... Daaaat! Hey, die Grenades. Komm! Hm, krassig geht's sagen. Hm, krassig geht's mal! Hm, krassig geht's mal! Hm, krassig geht's mal! Hm, krassig geht's mal! Ach, hier! Ach so, jetzt check ich! Ich hab dieses Messer und werf das die ganze Zeit! Aha. Ja. Seelenbar! Seelenbar! Klar, aber wieder Muni geschwendet! Oh, Akimbo! Na aber nicht! Oh, wie geil! Ein P-Neu, Akimbo! Echt oder Dings? Ich würd mal sagen, rechts finden wir auch mal rechts, oder? Ach! Ach! Ja! Ja! Ja, da griechelt, da fahren wir! Ja, ja, sehr gut, kann ich nicht. Ey, das ist für ein Psyche, guck mal! Wissen wir? So Psyche-Kinderwagen! Ja! Du mal rein! Kann man das aufheben? Ja, wahrscheinlich den Namen! Ja, ich will da rein, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Jetzt machen wir auch nicht alles, ich seh wieder alle meine Dingsbums! Komm, geh! Ja, einfach ganz ruhig bei mir! Geh! Hier liegt ne Wettkennen! Okay, jetzt laufig! Ich schack mich halt! Ich schack mich ruhig! Ach, das ist kein Problem! Die Kacke geht hier gar nicht auf! Was ist denn das hier? Ah! Kannst mal jetzt aufhören! Das ist nicht sehr sozial! Ich fach mal! No, hey, gotcha! Ne, fällt Toyko nicht! Ne! Na da? Ich hettes jetzt schliche! Ey, geh rein! So! Uh! ich habe gerade zwei Reißleiter. Ne. Auch jetzt ist Gini Silver and vom Helicopter abgeholt. Wow, die explodieren toll. Ist doch ganz toll. Seelen. Ja klar, und wieder Moni die Spendung. Oh, hier ist noch leiter. AHHHHH! Ha 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 ha. Tut mir leid, der Leiter. Du musst nix sagen, wie? Halt ab. Never ever ever we are back together. Ops, bin runtergefallen. Ey, Mann, wie viel halten die denn auf, Mann? Wie lang muss ich? Ach so, der explodiert mich dabei. Mano! Ja! Ich bin einfach weg. Ja, toll, jetzt bin ich hier auch noch allein. Ach, was willst du? Der Degellauni, ich weiß gar nicht, wie lang. Du musst die Olle Leiter hoch, Mann, hier. Ach ja. Degellauni. Okay. Mhm. Mh mhm hmm. Kann man ja wo... Ah, ne hier ist der die Backe nicht weiter. Ich hoffe für mich, ich hoffe für dich du bist hinter mir. Ja. da müssen wir glaube ich irgendwie rüber, oder? Geht natürlich nicht Okay, hier gibt's nix mehr Alter, kannst du auch so beschreiben? Oh Mann, ein Piegel Hier kommst du mal runter? Emily? Ich bin hier Alter, wieso stecken denn überall diese komischen Messer? Oh, because man die werft die ganze Zeit Keine Ahnung, soll ich die Shotgun nehmen? Ich weiß nicht, Akim muss aber auch so cool Guck, wenn man einmal ein Messer wirft, dann ist es voll Wop, hinter dir, hinter dir Ja, ist ja gut, danke schön, danke schön Jo Mann, ich laufe voran Ach komm Alter, die soll nicht mal in Ruhe lassen Naja klar, warum nicht mehr, warum nicht mehr, warum nicht mehr, 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 bitte mehr, bitte mehr Unter dir Okay, jetzt nehmen wir mal die Shotgun Wobei die Akimu schon nicht schlecht ist Unter dir Wo bist du hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen warten, pass auf Na klar, halt mal schön, du, es schaut ganz schön so aus, es ist klar, es ist alles klar Machst du mir Bock die ganze Zeit Messer zu machen? Hey, nein, hier, wir müssen hier lang, Mann Oh Mann, wo denn? Wo? Hilfe, Mann Digga, hier schützt gerade alles einmal Ja, einmal hat ihre Wichswehen Ja, was macht sie? Sie ist da in der Tschentschnur Ich will gar nicht wissen, dass da nichts explodiert, wenn sie ihr Baby bekommt Sie ist da so richtig eklig nackt, so Ach, so, hm, naja, klar Fettsack, Fettsack, Hure, Fettsack, Fettsack, Geh, Abspecken Ach, nö, oder? Oh, ich will Wahrscheinlich Es geht mir jetzt schon wieder ab, Mann Doch, jetzt müssen wir durch eine Weile Achso, wua, wua, kaputt Das ist ein Hündchen? Ach, nee, das ist Alma Das ist Alma, so ein Hündchen Ja, das ist aus wie ein Mensch So, nein, ich bin eben hier Oho, oho Wow, so fette Waffe, Alma Ach, jetzt müssen wir durch dieses Psychoscheiss, komm Psychoscheiss, da geh ich dann wieder vor, oder? Was kann man da durch? Nee, nee, nee Nee, nee Nee, nee, nee Nee, nee Lehrer, Mama Wolf, Mama Jede, kleiner Son, ich sah eineb flattering Komme hier Viecher? Mann, geh einfach. Man kann doch echt ein bisschen übertreiben. Ja, komm! Mann, wo denn? Das ist so. Jetzt hör dir das doch mal an, Mann. Du musst dir die ganze Zeit vorgehen. Boah, Hilfe. Psychomusik. Mann, hörni. mehr der Winklitzel die dritte Niveau zu bequem aber auch der Schockaufgabe mehr das ist auch ein Na los, geh! So, hallo? Hallo! Exit! Ähm, schnell ver... Ach, mein ich das? Ey, hier liegen mal wieder ein paar Weapons rum! So, lass mal mikroskopieren! Mikroskopieren! Gute Nacht! Ey, guck mal, der hat Chucks an! Der hat Chucks an! Ja, der! Ey, das sind voll meine! Ich hab auch so schwarze! Ey, das heißt mikroskopieren! Was jetzt? Ich mach mal gleich ein Screenshot! Was ist daran dummes Deutsch? Ey, keine Ahnung! Mikroskopieren hab ich da nie so gehört, Mann! Ja, das heißt doch so! Ja, ganz toll! Wieder was gelernt! Man lernt nie aus! Ey, die werfen die mit Molotow-Kacke auf uns! Oh, Mann, wo ist der jetzt hin? Das ist übelst der Bulletstorm-Scheiß! Das ist übelst der Bulletstorm-Scheiß! Er verdickt nie alles rum! Ja, hör mal auf mit Stein zu werfen! Nicht schubsen! Zum... Oh, Leute, mal kannst du... Tschüss, du hast für die Böse! Ja, ich muss das gern! Das mal hat Raul die ganze Zeit gemacht! Wir haben uns die ganze Zeit getreten! Ja, wie, wo? Ich werd' noch beworfen! Ich werd' noch beworfen, da oben ist so weiter! Komm, Digga-laun! Warum ist da noch einer hier hinter dir? Löns! Alter, das sind voll die Jumper! Komm, Digga-laun! Komm, Digga-laun! Oh, Shotgun-Money! No, du's nicht! Du's nicht! Oh, da liegt Shotgun! Ey, da muss schon wieder so'n Penner! Ich werd' dir einfach nicht mehr alle Tassen anschreiben! Wirklichkeit! Du doch, uns Millen! Du hast'n, oder? Ja, das heißt'n... Du wirst'n, oder? Das heißt'n, oder? Das heißt'n, oder? Ok, jetzt wirst'n. Oahh-oahh-oahhh-oahhh! Hey, der legt noch der Weapon an Campo Kaka Ja komm, nehm wir mal mit. Nehm wir mal mit, meiner! Wow, was ist denn das, man? In deinem Arsch stecken zwei Schwerter Alter! In deinem Arsch stecken zwei Schwerter! Okay, ist nicht mehr Alter, du liebst dieses Magiker-Battle Achso, ja klar, der muss ja natürlich hochklettern Wahrscheinlich, oder? Es laufen hier so täglich hunderttausend Leute hier vorbei Aber das Teil des... Okay, ich bin runtergefahren Und dann mal von vorne Wow, Alter, das ist creepy, man Alter, warum sind hier nicht so viele komische Kerle? Sind die wegen der Eimer so gedenkst, oder was? Die werden ja nicht schon selber so... Okay, bei zu viel Mathe kann ich mir das schon vorstellen Okay, bei zu viel Mathe kann ich mir das schon vorstellen Ja, ich hab den so heftig voll ins Gesicht geschossen mit der Shotgun Das sah es so aus, als wäre er weggeflogen Wow, ich hab das runtergelegt Ey, da unten liegt ein Wichsgang Ja, da gibt's nirn, Alter, das ist mein Ohr, mein Ohr Wow, das geht nirn Ey, da ist irgend so'n Stuhl denn da bitte So Ja, das ist die Waage, du Spass Für Eimer's Baby Baby Äh Alter, da liegen übelst viele Waffen um Ich hab so was gebildet, dass hier gleich eine Million Leute kommen Äh, glaub nicht Also wenn so'n hier Baby aussieht, Alter, da hat sie echt was falsch gemacht Äh, die Waage, der Fack Hey, da sind Teddy BW in Call of Duty Das hängt alles zusammen Oh, da kommt Viecher Was geht mit ihm an? Oh Warte, ich war durch Ey, die Ich kann euch doch verstehen, euch geht es nicht gut Ihr lebt hier seit Jahrzehnten In Einsamkeit und Kerzen Das kann euch nicht gut tun, überall ist blöd Oh mein Gott, Alter Die sollten mal hier fett reabriert werden So, ja, ich kann guter Deutsch Ja, ich kann guter Deutsch Ja, ich kann guter Deutsch Auch immer diese Explosionsmänner, Alter Oh Boah, das Piepenstress war Ich glaub' ich werd' nicht unruhbart So, ich glaub' ich wär' jetzt gleich verrückt Ach komm, jetzt piep' nicht zu viel rum Ente dir Oh man Warte auf ein Messer zu werfen Ich weiß nicht Das sind eigentlich so ganz normale Bürger, aber sie lernen, wenn sie diese Zombies werden, lernen sie mit Wässern zu werfen So, okay Waren wir eigentlich irgendwelche Verbündeten in dem Spiel? Oder wollen uns alle bloß töten? Komm Ja, jetzt können wir wieder mit unseren Gären gegen uns Ah, ich kann mich Ich kann mich wieder in die Gären, Leute Hilfe Alain, Leute Der hat den könnte uns umgebracht Hilfe, D風 Danke, die kommen ja alle runter, machen Danke, hier bloß Das ist das Transformerspiel, die Fortsetzung, die ist übelst heftig krass, die ist noch krasser als die erste mal. Ja man, das geht richtig gut. Gibt es aber auch ein paar Nachteile, das geht richtig gut. Sieht so aus wie Raul. PEDO! Na, der kann gut malen. Bestimmt. Na, ich freu mich daran, du hast. Das ist nicht nur gekritzelt von verrückt. Bruder Pederson, ich bin genius. Na, für gut sieht das gar nicht noch schlecht aus. Cooles Auge. Bruder. Bruder, Mann. Ja, das geht nicht einfach. Guck, guck, guck einmal, ist sofort am Ausristen. So ein Schmachmal, der Welt. So. Haha, ich hab doch gesagt, ich bin der Lieblingssildo. So, fuck eigentlich. Jetzt bin ich der Lieblingssildo. So. Du hast wieder Nullbegabung. Ja, weil ich auch kein Tauberer bin, Mann. Das kommt damit nicht aus. Tata hat damit nichts zu tun, Mann. Ja, aber wie cool. Na, Juti. Na, ich bin die. Ich bin der Dunkelndferf,